Okay, da ist eine Tür. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Das haben wir ja schon mal festgestellt. Die sind zu doof und... Wieso kommt hier ein... Wieso kommt hier ein Tipp mit Verfolgern? Und da ist die Tür offen. Und die Framerate muckt gerade ein bisschen. Sieht er uns? Ist das vielleicht ein anderer Verfolger? Er hat einen Knüppel und sieht verdächtig so aus wie der andere Typ. Ob der uns gleich hinterhergelaufen kommt? Er kommt. Das ist nicht unser Verfolger. Unser Verfolger Holger. Rituale, eine Beschwörung. Aber eine Beschwörung von wem und Rituale für was? Keine Batterie, Mülleimer? Verdammt. Hier ist auch keine Batterie. Ach du Scheiße. Na ja, dann kann es ja gleich lustig werden. Denn gleich werden wir wieder verfolgt von einem Knüppeltypen. Hallo, Kollege. Go! Okay, falscher Knüppeltyp. Hallo, Freunde. Scheiße. Scheiße. Ähm. Was? Nein! Aua! 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 Und jetzt? Und jetzt? Fuck it, ey. Wir müssen dann glaube ich einen Knopf drücken. Ich sehe den aber gar nicht so richtig. Hilfe! Das darf doch nicht wahr sein. Ach. Nein! Aua! Aua! Das kann doch nicht. Der hat mich voll gesehen. Ich hätte mich vielleicht vorher im Schrank verstecken sollen. Gibt's da vielleicht Schränke? Sag mir, dass es da Schränke gibt. Sag mir bitte, dass es da Schränke gibt. Los, rein da! Anni. Uh oh! Psh, psh, psh. nein, nein, nein! nein, 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 nein! Nein, nein, nein. Ich hoffe er ist weg. Ich höre noch Schritte. Luftschleuse. Bäm. Follow the blood. Die Frage ist, wie kommen wir in die Luftschleuse rein? Wie kommen wir in die Luftschleuse rein? Und was... Was ist das? Die Luftschleuse. Die Luftschleuse. Die Luftschleuse. Eine Batterie. Dokumente? Nein, keine Dokumente. Pssst. Er ist hier drin. Oder auch nicht. Ich weiß gar nicht wo er ist. Ich höre Schritte. Aber ich kann es nicht zuordnen wo er ist. Ich nehm mal an, hier ist nicht die Luftschleuse. Ah, noch eine Batterie. Sehr gut. Ich nehm mal an, hier ist nicht die Luftschleuse. Alter, hab ich mich grad vorm Schatten erschrocken. Alter, hab ich mich grad vorm Schatten erschrocken. Okay, vorsichtig. Niemand. Und da sind wir bei der Luftschleuse. Ah ja, ich sah besser. Boah, ich vertrag das Zeug nicht. Folge dem Blut. Da ist eine Sicherheitstür. Da ist mit Sicherheit niemand drin. Hm? Sie haben Messer. Ja. Freunde, wir... haben die... Die haben ja nix an unten. Die haben ja... Da hängen ja die Lümmel raus. Alter, wat? Ach, wir sind jetzt wieder hier. Das ist aber nicht so geil. Vor allen Dingen müssen wir da jetzt wieder da durch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich... grauere erstmal da rüber. Ich kann nicht nach links. Okay, also nicht da rüber. Das Problem ist nämlich, dass da die beiden Typen sind. Ich will da nicht rein. Da sind zwei Typen. Jetzt sind sie weg. Wir werden mit dem bestimmt später noch... viel Spaß haben. Und ich hab das Gefühl, dass hier ist alles noch vorgeplänkelt. Wir sind momentan immer noch... Immer noch am Anfang irgendwo. Und eine Akte. Die Akte Jane Fonda. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wahlreiter. Schauen Sie im Merkow Korb Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach. Oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Eine sehr wichtige Information. So, da ist wieder ein Jahr nix zu erkennen. Ich meine, gab's ne Batterie. Das ist schon mal viel wert. Und ansonsten gibt's hier glaube ich gar nix, ne? Ich guck nochmal ganz kurz hier hinten in die Ecke. Nur falls jemand unachtsam ein Batteriechen weggeschmissen hat. Wir wollen ja hier nix vergeuden. Das Blut führt uns da lang. Aber andererseits ist hier natürlich auch noch ein Weg. Was ist da los? Ach du Scheiße. Ich glaub da liegt ne Sicherheitskarte. Schlüsselkarte für die Duschen. Ich will nicht in die Duschen. Okay, wir gehen hier mal wieder raus. Und zwar pronto. Und wir folgen der Spur des Blutes. Ich war... Nein, die Dusche. Ich will nicht in die Dusche. Vor allen Dingen nicht in eine dunkle Dusche. Was sind... Und draußen gewittert's jetzt auch noch. Neues Ziel entkomme durch die Duschen. Ach, und draußen pisst es. Ach, so ein ekelhaftes Wetter. Mein Gott. Ich... 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 Warte nass und hole mir nen Schnupfen. Ich würde gern wieder reinkommen. Aber ich trau mich nicht. Ich will da gar nicht rein. Ach ja. Ach ja. Was für ein wunderschöner Cut mal wieder. Ich freue mich an genau der richtigen Stelle. Und wie es aussieht. Jetzt müssen wir erstmal aus der Männerdusche entkommen. Was sich irgendwie falsch anhört. Und außerdem... Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt die Gejagten. Vorher waren wir Reporter und haben Jagd gemacht. Doch jetzt sind wir die Beute.